die 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 gleich wieder dann rechts wenn man rechts hoch läuft das baut immer das fahrzeug dann wartest du kurz und sponsor und das fahrzeug oder rennst mit hoch ich bin schon drin aber ich nicht der fahrer missgeburt ich war für er siehst du der schon wieder verkackt schon verkackt die haben verkackt der andere schon hat das verkackte zwischen raus der fährt schon behindert weiß ich jetzt schon schon verkackt wenn ich ja er fährt nicht morgen lang gefällt was man hier aussteigt ich werde jetzt kommen wir hoch siehst du da die panzerkanade jetzt jemand reinkommt die wände kaputt schießen schießen auf die mine und wenn gar keiner kommt hier draußen ist ein fahrzeug ja hat das abwerfen irgendwas fragt mich vor abgeschossen ist tot ja er hat noch 25 da oben ins fenster geknallt bleib da oh shit dass der große oh shit jetzt kommt der flammtyp gegen den bist du auch tot? nee 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 lanns mal hier lang rechts rum mit dem tank der ist so gut wie kaputt hast du noch tankwaffen? ja hab granaten ja wie gefunden er ist kaputt ja du bist kein sani mehr ich ich verlass mich dazu ich bin gleich wieder bei dir 3 2 1 yes lass mich mal kurz meine granaten hier aufladen ey ey ein 4 3 3 3 ist stop vier vier universe stehen j Ich seh nix mehr. Oberst Reinhard ist bei uns im Team. Das Fahrzeug war Kamikaze. Es ist noch nicht kaputt, warum nicht? Hälter. Komm wir gehen hier links lang. Und da kommt jetzt auch der Tank und sagt Hallo. Pass auf. No risk, no fun, das ist mein Motto. Ja, wie ich sagte. Ja, weiß doch, dass wir da waren jetzt. Ich werde das verdauen. Oberst Reinhard wurde auch getötet von ihm. Dann ist es keine Nazi. Dann ist es keine Nazi. Keine Schande meine ich. Ich weiß nicht, ich werde versuchen rüber zu rennen. Hä? Kannst du auch rüber machen? Hier ist richtig fies, wenn man sich in der Küche kämpft, ey. Also wenn sie schlau sind, müssen wir ja nicht mal hier rüber die Flanke versuchen. Hallo? Oh, ganz. Oh, ganz. Hinter dir. Hast du gesehen, wie weit ich im Gang war? Ja. Im letzten Schuss habe ich noch so viel Schaden abgekriegt. Das ist so eine Cheaterei. Okay. Wir gehen hier oben rein. Also ich muss irgendwo meine Minen hinlegen. Ja. Das Ziel ist unser! Okay. Wow. Hier leg ich dir. Hast du? Ja. Die sieht man wahrscheinlich, ne? Nun, hier geht's so. Ah, hier sind welche. Aua. Das ist noch eine. Erst mal die andere Minen zerstört, ey. Nein. Das ist ja nur 9 gegen 19, das ist ja scheiße, ne? Ja, dafür kann die noch nie aufbleiben. Das ist ja voll lame. Links für ein Fahrzeug. Ich hoffe, es fliegt. Siehst du, dass da was weggefahren ist? Ich hoffe, es geht in meinem Minen. Killfeed, Killfeed, gehen meine Minen. Ei, 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 ei. Ja, das ist nämlich nur 9. Ja, das macht keinen Spaß, in der es immer nicht voll ist. Ich bitte noch rüber ins andere Team, ne? Ja. Wollen wir? Meinst du, das macht mehr? Noch weniger Spaß? Ja, dann ist es zumindest ein bisschen ausgeglichener. Komm, lass, lass mal rüber gehen. Spieler ist dein Leben. Teamwechsel nicht möglich. Hä? Achso, ich muss ja sterben, ok. Hey, du lebst. Ja, wollen wir wechseln gleich, oder nicht? Nee, komm, wir machen schon Paceway, sonst bin ich nicht in Bett. Glaube ich. Ja, ich glaube, es wird nur die ins Bett zu gehen. Das sind ja sechs Minuten gewesen, die wir gespielt haben. Schick dir eine Granate. Wir nehmen noch mal eine andere Map. Das musst du wissen. Eine Runde darf ich noch. Eine Runde darf ich noch, eine geht noch, nein. Ok, ich gehe raus und du suchst noch eine neue Runde. Den voll fies, ne?